moin sind ihr füchse da draußen willkommen zurück hier im fuchsbau ich bin euer blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum toilet management simulator schön wie du gerade durch die tür durchgelaufen ist sehr ehrenhaft wir sind momentan noch dabei nachdem unser klo jetzt einfach läuft es läuft jetzt einfach wir haben keinen stress mehr wir kümmern uns jetzt noch eben um die storyline ja wir wollen eben noch wissen was passiert wenn wir die story abschließen und deswegen lasst uns das mal eben noch erforschen indem wir uns hier um die storyline des obdachlosen kümmern der will erst mal wieder ein paar bohnen haben die geben wir ihm erst mal zack danke kannst du mich jetzt wieder unterrichten nimm einen schraubenschlüssel und komm her alles klar jetzt girl eben schraubenschlüssel organisiert wir haben inzwischen wie gesagt 91 869 euro da gibt es kein stress mehr was ist hier los warum warum ist der comfort level so niedrig hat jemand gepupst oder was ist auch nicht so wichtig erst mal die kohlen einsammeln sehr gut zange mitgenommen und eben draußen mal dran rum gedreht ne hallo ich müsste mal eben durch danke so darf ich da eben bisschen dran rum drehen oder was du hast den schraubenschlüssel gehen sie jetzt zur schalttafel erst wenn ich geduzt und dann werde ich gesiezt läuft so eben schnell einmal die wasseruhr um um arbeiten dann haben wir noch ruhe wunderbar merkt auch keiner so und du kannst du mich informieren wenn du die polizei siehst ja aber denken sie nicht wir sollten zuerst freunde und die freundschaft verbessern willst du etwas essen ich bin am verhungern etwas zu essen wäre toll dann holen wir ihm doch jetzt einfach noch mal so ein kleines bohnen dinner würde ich sagen dann freut er sich hallo so darf ich kurz bitte vorbei danke einfach noch mal wieder bohnen holen und wir werden das dann die storyline abgeschlossen ist da wären wir durch aber wir werden sehen hallo ich bin es schon wieder ja ich habe echt ein fable für diese bohnen wirklich ich finde die richtig gut dankeschön auf geht's was ein game alter ist aber jetzt auch bald zu ende ich habe keine lust mehr wirklich schon viel zu lang aber was tatsächlich ein typ fossils bin es hier nehmen wir müssen am penner typ 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 moin im bee Shelming danke kannst du mich informieren wenn du die polizei siehst natürlich ich brauche urlaub hinter dem home sweet home markt steht ein spezieller bus Geh und sprich mit dem Fahrer. Okay, ich werde nachsehen. Ähm. Okay. Hinter den Home Sweet Home. Ich brauch's mal in Urlaub, Alter. Das ist ein Reisebus. Tatsache. Was? Was? Okay. Ja, moin. Ähm. Okay, ähm. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Vielen Dank. Und Sie? Bitte schön. Gut, danke. Ich möchte in diesen heißen Sommertagen aufhören zu arbeiten und Urlaub machen. Ich werde bald fahren, aber ich brauche mindestens sechs Passagiere. Danke, lassen Sie mich sehen, was ich tun kann. Gehe zum Obdachlosen. Aha. Ah, sechs Passagiere. Warte mal. Wenn wir jetzt auf unser Handy gucken. Oh, oh. Moment. P. Ah. Achtung, Achtung, Achtung. Statistiken. Eins, zwei, drei, vier. Wir selbst. Fünf. Und der hier. Sechs. Er rückt. Also, sechs Passagiere, bevor wir in Urlaub gehen. Es gibt tatsächlich ein Ziel. Wir müssen Urlaub machen. Ich gehe wieder zurück zum Obdachlosen und frage ihn mal, ob er Bock hat mitzukommen. Hättest du auch Lust, irgendwie mitzukommen? Ich habe mit dem Busfahrer gesprochen, aber ich brauche noch vier Leute. An der Tür der Tanzschule befindet sich ein Plakat. Über eine Anwendung ist etwas geschrieben. Vielleicht kannst du dort Freunde treffen. Okay, du hast mir sehr geholfen. Ich werde nachsehen. Gehe zur Tanzschule gegenüber von deinem Haus. Finde das Poster an der Wand. Okay, das Spiel wird auf einmal noch erstaunlich deep. Also, alle, die jetzt durchgehalten haben bis hierhin. Props gehen raus. Ihr seid diejenigen, die diese irre Story jetzt hier noch mitkriegen. Ja, der Rest kriegt von der Story nichts mehr mit. So, hier ist die Dance School und hier wird irgendwann ein Poster sein. Ja, download and join the party. Herunterladen und mach mit bei der Party. Ja, komm, auf geht's. Mit dieser Anwendung können Sie Tanzmädchen zu einer Party nach Hause rufen. Sie können Ihre Beziehung zu Ihnen mit Hilfe der Anwendungsstatistik auf Ihrem Telefon verfolgen. Okay. Aha, Tanzmädchen. Okay. Möchten Sie Ihre Parteien und Organisationen ausmalen? Ja. Okay. Oh, what the fuck? Nicht. Oh Gott. Okay, wir rufen jetzt erstmal Clara an. Clara kommt. Okay. Kommt sie jetzt zu mir nach Hause oder treffen wir uns auf dem Klo? Ich geh mal nach Hause. Clara wird jetzt gleich kommen. Unnormal. 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 Clara? Bist du... Bist du da? Clara? Wo kommt Clara denn? Da ist sie. Ich hab sehr viel Geld für Clara bezahlt. Okay, Clara. Clara kommt. Alter. Tanzmädchen. Aha. Okay. Und wir bezahlen jetzt Tanzmädchen, damit die dann mit uns in Urlaub fahren. Hä? Aber gut. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Oh, scheiße. Jetzt stinken wir. Jetzt wo Clara kommt, stinken wir und brauchen Essen. Kommt Clara denn jetzt immer noch? Ja. Clara kommt noch. Hallo, Clara. Freut mich, dich kennenzulernen. Du siehst interessant aus. Komm rein. Komm rein. Mach es dir bequem. Serious Popping is happening in meiner Bude. Komm rein, Clara. Hi. Oh. Ach so. Hahaha. Hallo. Warte. So. Tür öffnen. Moin. Okay. Komm mal rein, Clara. Mach es dir... Mach es dir gemütlich. Willkommen. Ich bin der, ja, Herr des Kack-Hauses sozusagen. Meister des Kack-Imperiums. Ja. Ist so. Das musst du wissen, Clara. Ah ja, alles klar. Okay. Nee, ist gut. Clara ist keine Frau der vielen Worte. Clara, ähm... Clara zieht es einfach durch. Jo. Sind doch die gleichen Dance-Buchs vom Internet-Café-Simulator. Und nun? Was passiert jetzt? Ähm. Statistiken. Die Beziehung mit Clara ist noch relativ auf Null. Clara, kann ich irgendwas Gutes für dich tun? Kann ich dir vielleicht was... Was... Was zu essen anbieten? Möchtest du vielleicht eine... Dose Bohnen? Was passiert jetzt hier? Kannst du dich mal zurückhalten? Oh, oh, oh. Clara zieht sich aus. Ah ja. Alles klar. Ja gut, dann genießen wir mal ein bisschen die Show. Lassen Clara mal ein bisschen dancen, nicht wahr? Oh, ich mich doch. Ich hoffe, sie zieht sich nicht ganz aus. Das wäre für YouTube nicht so gut. So geht ja noch. Clara, das machst du wirklich toll. Das machst du wirklich sehr schön. Mhm, ja. Oh Gott. Was ist das wieder für eine Vollkatastrophe? Ohne Spaß. Warum müssen immer in diesen Simulatoren irgendwelche Pornosachen drin sein? Internet-Café-Simulator? Puff. Beziehungsweise Strip-Club. Toiletten-Simulator? Kommt die Clara nach Hause? Ganz klar. Tja, Clara. Kann ich dir irgendwie Geld in den Tanga stecken oder so? Dass unsere Freundschaft sich etwas schneller erhöht? Oh, warte mal. Lass dich nicht stören. Ich muss eben Leute mieten, damit mein Klo sauberer auszieht. So, dann brauchen wir noch einen Klempner. Sehr schön. Mehr Leute würden... Ja, ja. Ich lass auch mal wieder sprühen. Keine Schädlinge. Gut. Clara, mach mal weiter. Geht das noch lange oder... Also wie lange bleibst du hier? Hörst du irgendwann auch auf? Die Polizei ist in der Nähe. Sei vorsichtig. Ja, ist ja egal. Lass die Polizei doch gucken. Clara, ich geh kurz duschen. Mach mal ruhig weiter. Ich geh kurz duschen. Oh, wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Einmal den Body sauber gemacht für Clara. Falls da gleich noch mehr geht. Man weiß ja nie. So, Clara, bist du noch dabei? Oh, warte. Ich finde mich in meiner eigenen 3-Zimmer-Wohnung nicht zurecht. Clara ist noch am Start. Ja, sehr gut. Stand up. Please stand up. Please stand up. Kann ich irgendwas mit der App machen? Keine Ahnung, was hier abgeht, Mann. Clara, und du? Bleibst du jetzt für immer hier? Evelyn. Madison. Lily. Oh, bei Lily geht's aber richtig steil. Ich glaube, wir müssen die alle anrufen. Okay, wir haben Clara angerufen. Dann rufen wir jetzt noch Evelyn an. Ein Mädchen schon angerufen. Achso. Wann geht denn das Mädchen wieder weg? Ja, mach mal weiter, ne? Dance, du mal rum. Ich geh mal kurz nach meinem Klo gucken. Ich komm aber wieder. Keine Ahnung, die wird sich jetzt auch wundern. Hä, wo rennt der denn hin, Alter? Was macht der? Ah, eben kurz nach dem Klo gucken. Ich komm gleich wieder. Ja, eben Klopapier wechseln, weißt du? Eben schauen, ob noch genug Rollen da sind. Ansonsten alles cool. Und das Geld einsacken halt, ne? Das Geld einsacken. Hallo. Hallo. Okay, da wurde gerade was geredet. Es hat jemand gerade was geredet. Wusste gar nicht, dass das geht. Ähm, hören Sie. Machen Sie eigentlich auch das Klopapier? Oh. Oh, oh, oh. Der Sound ist doch auch geklaut, ey. Bisschen Strafe bezahlt, aber das gönne ich mir, weißt du? Das gönne ich mir einfach. Hab ja die Kohle, ne? So, ich kaufe mir eben neues Klopapier und, ähm, dann geh ich gleich wieder hoch zu... zu Evelyn oder wie auch immer sie hieß. Clara, Carla, keine Ahnung. Hab mir den Namen jetzt nicht gemerkt, ne? Das ist nur so ein Tanzmädchen. So, warte, ich nehm mir noch... Ich nehm noch ne Packung mit, komm. Die eine wird nicht reichen. Bin mir ziemlich sicher. Uff. Die Leute, die scheißen bei mir, da kriegst du die Tür nicht zu, ey. Wirklich. Da wird nur gekackt. Nur gekackt von morgens bis abends. Kannst du die nicht ausdenken. Klopapier auffüllen. Da ist einer gerade... Ah, bist fertig mit Scheißen? Sehr schön. Wie hast du... Oh. Oha. Hast du mit der Hand dann eben den Hintern sauber gemacht? Oder wie ging das jetzt dann ohne Klopapier? Ich will es gar nicht hinterfragen. Gönn dir einfach... Hallo. Ihr wart zu zweit drauf. Ist okay. Ist eigentlich keine Partner-Toilette, aber... Im Zweifel. Moin. Eben... Upsala. Frisches Toilettenpapier rangehangen. Sehr schön. Gut. Weitermachen. Weitermachen. Fleißig scheißen, bitte. Klopapier lege ich einfach mal hier hin. Nehmen Sie sich einfach was, wenn Sie was brauchen. Ich bin für heute durch. Ich sack nur noch das Geld ein und muss dann auch wieder zu meiner Evelyn, weißt du? Oder Carla oder Clara oder wie auch immer. Schauen wir mal. Was die gerade noch macht. Wie unser Freundschaftslevel sich entwickelt. Ja. Ich würde schon gerne wissen, wie es aussieht am Ende der Reise. Wo führt die Reise hin? Ist dann... Kommen dann Credits? Habe ich es dann geschafft? Wenn ich alle Mädchen... Also erstmal das Klo aufpimpen und dann alle Mädchen... Geht es eigentlich noch weiter nach oben? Bin jetzt ein bisschen neugierig. Tatsache, es geht weiter nach oben. Irgendein... Geheimnis versteckt? Nein. Hätte ja sein können, nicht wahr? Wir werden auf jeden Fall noch eine Folge machen, wo wir die Gegend erforschen. Bis jetzt haben wir noch gar nichts erforscht. Oh, sie ist fertig. Hi. Hast du gemacht? War schön. Du bist wunderbar. Ich liebe deinen Tanz. Danke schon. Kann ich etwas zu essen oder zu trinken anbieten? Können wir die Nacht zusammen verbringen? Danke, aber... Denken sie nicht, wir sollten zuerst unsere Beziehung verbessern. Oh. Okay. Ich liebe deinen Tanz. Danke schön. Kann ich was zu essen? Natürlich. Sie möchte einen Kaffee haben. Oh, oh. Alter, auch noch das. Gar kein Problem. Äh, geht los. Wasser. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Das ist ja krass. Dann wohnen. Oh, wir werden die Weiber alle klar machen. Ich sag euch das. Wir machen das noch. Ich will wissen... Wir müssen es jetzt durchziehen, Leute. Das Spiel muss durchgespielt werden. Ich möchte wissen, wo uns der Bus nachher hinbringt. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr nicht auch neugierig seid und wissen wollt, wo der Bus uns später hinbringt. Komm schon, die Milch. Ich gib mir die Milch. Oxid. So, eben Kaffee klar gemacht. So. Hier, Clara. Uh, geglückt. Ja, gönnt ihr mal eben, ne? Hau mal rein. Hab ich gut gemacht, oder? Ja, trink den mal eben. Ich füll mal gerade mal meinen... ...Kühlschrank auf für die nächste Dame, ne? Du bist ja nur die erste. Aber das sag ich ihr natürlich nicht. Nicht, dass Clara eifersüchtig wird oder so. Irgendwie Kühlschrank auffüllen. Dann zusammen die Nacht verbringen. Ein bisschen schnick-schnack. Und dann kommt auch schon die nächste. Eben einmal durch den ganzen Ort durchgenudelt. Und dann macht man Urlaub. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? So. Zack. Nach Hause schicken. Immer ein paar Dosen Bohnen kaufen. Zack. Nach Hause schicken. Geld aus Werbung. Zack. Okay. Ist voll. Mehr als drei Dosen ist zu Hause nicht. Dann. Alter Bruder. Nach Hause schicken. Nach Hause schicken. Dann nehmen wir nochmal eine Pizza. Mist. Okay. Pizza ist voll. Den nochmal. Ist auch voll. Und noch eine Coke eben einmal rein. Nach Hause schicken. Dankeschön. Weitermachen. Ich lass das Zeug einfach liegen. Den Müll können sie ja aufsammeln. Alles kein Problem. Gut. Zurück zu seinem Mädchen. Nicht, dass sie noch abhaut. Komm. Auf. Die wird ja inzwischen mit dem Kaffee fertig sein. Nicht, dass sie merkt, dass wir weg waren. Das geht so ja nicht. Wululu. Tutu. Wo ist sie hin? Ist sie jetzt gegangen? Sie ist einfach gegangen. Haben wir denn unser Beziehungslevel jetzt aufgefrischt? Warte. Äh. 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 Ja. Klaras Beziehungslevel ist auf Level 1 gewechselt. Krass. Okay. Wir werden jetzt einmal mit Klara noch weitermachen. Ich will wissen, was passiert. Also einmal schnickle die Schnacken müssen wir schon. Deswegen gehen wir jetzt kurz pennen. Dann duschen wir. Wir rufen Klara. Dann gehen wir duschen. Bis Klara dann da ist. Dann haben wir mich dann schön geduscht. Dann kann sie wieder tanzen. Während sie dann tanzt, gehen wir wieder Klopapier aufwickeln. Gar kein Problem. Man muss das einfach nur optimieren, was man hier tut. So. Also. Eben das Handy gezückt. Zack, zack. Handy gezückt. Einmal das Klo sauber machen lassen. Klemmner ist okay. Schädlinge brauchen wir auch nicht. Alles gut. Gut. So. Dann. Tanzschule. Rufen wir wieder die Klara an. Klara ist auf dem Weg. Sehr schön. Gut. Dann gönne ich mir, solange bis Klara kommt, eben kurz eine Dose. Wunderbar. Gut. Genau. Einmal pupsen. Dann ganz schnell duschen. Mhm. Haben wir das auch. Und jetzt müssen wir nur noch warten, bis Klara kommt. Kann ich Klara draußen sehen? Kommt sie hier angelaufen irgendwann? Ich schaue mal eben, ob sie schon im Haus ist. Oh ja. Klara kommt wieder. Okay. Warte. Die Tür zu machen, damit Klara nicht merkt, dass wir die ganze Zeit ganz, ja, ich würde schon sagen, fast ein bisschen rallig und rattig auf sie gewartet haben. Licht an. Licht aus. Licht an. Licht aus. Nein, umgekehrt. Na, egal. So, Achtung, gleich wird's klingeln. Erst mal. Oh Gott, ich hätte mir nicht die Bohnen reindrücken sollen. Hi, Klara. Moin. Freut mich, dich wiederzusehen. Na? Hast du wieder gute Dance-Moves mitgebracht? Ich mache mal eben die Vorhänge zu, ne? Muss ja nicht jeder sehen, was wir jetzt machen, lieber. So, ich schimmel mich mal eben auf die Couch. Genau. Gib mal alles. Du hast von meinem Geschmack ein bisschen viel an, Klara. Also, wenn's geht, ne? Gehen ein bisschen, ne? Also, für mich jetzt nicht, aber für den Rest schon gleich auf YouTube. Weißt du? Alter. Aber wir werden das aber, glaub ich, doch nicht durchziehen. Das dauert mir zu lang. Wenn ich mir vorstelle, ich muss das jetzt mit allen Damen machen, immer mir so einen Tanz reinziehen, zwei bis drei Mal, wahrscheinlich sogar drei Mal. Wir werden eine Dame auf jeden Fall fertig machen. Ich bin aber schon neugierig, was am Ende passiert, ne? Muss schon sagen, wo der Bus einen hinführt. Bin schon neugierig, irgendwie. Aber das ist ja mega langweilig jetzt. Also, wenn wir das jetzt, keine Ahnung, vier Mal machen müssen. Vier Mal, immer drei Mal den Dance komplett aushalten. Da wirst du ja bekloppt. Wer denkt sich sowas aus? Mehr Leute kommen hierher, wenn sie Raumparfüm frühen. Das ist ja gut zu wissen. Mhm. Ja, Hahn, ist gut. Ist gut. Meine Lieben, ihr hört den Hahn krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle mal wieder so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und werden gucken, ob wir wenigstens klarer noch fertig machen, ne? Wenigstens das einmal, um zu sehen, wie das... Ich will das sehen. Ich will einfach sehen, was dann passiert. Bis dahin, euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.